Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen wieder mal Stream-Ankündigungsvideo heute Abend 19 Uhr auf www.twitch.tv slash morell noir. Wir machen wieder alte Raids, bisschen Leveln, so wie immer, ne, gediegen, schön ins Wochenende einsteigen. Von daher hoffe ich, dass ihr heute Abend dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss!